Willkommen zurück zu Half-Minute-Hew, diesmal machen wir Quest 28, lebt wohl Räuber-Trio, mit dieser Ausrüstung und es geht los. Start! Jetzt endlich Schluss mit denen, die haben uns oft genug genervt. Bösewicht Hong, äh Hong, wah, diese Kraft, diese unglaubliche Kraft, der Hammer, ich bin einfach der Hammer. Ich bin die Nummer 1, äh, und jetzt soll ich wohl diese Magie wirken. Anscheinend. Hallo, Elmen, wie geht's mir stets? Schon wieder versucht es in demnischer Bösewicht eine Zerstörungsmagie, aber jetzt, wo wir einen Drachen haben, wird es bestimmt ein Kinderspiel. Also dann, ihr baut das Bösewicht zu dir, Herz, aber mit dem Drachen ist es quasi nur ein Drachensschwung. Sprung, nicht Schwung. Also bis später. Ja, wo ist denn der Drachen? Ach, ich hab ihn schon, okay, wusste ich nicht mehr. Oh, hier sind die zwei anderen Typen. Was ist denn los? Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Hong ist wahnsinnig geworden. Beruhige dich erstmal, Bonk. Vor ein paar Tagen hat uns so ein komischer Zauberer namens Noah aufgesucht. Der Typ war von oben bis unten zwielichtig. Aber aus irgendeinem Grund fand Hong ihn total toll. Die beiden taten ganz heimlich. Und im nächsten Augenblick war Hong auch schon so komisch. Er verließ uns und hat sich seitdem in der Burg im Norden eingesperrt. Keine Ahnung, wo zu Hong jetzt alles fertig ist. Bitte, du musst Hong für uns aufhalten. Also ohne Hong da, da. Da hab ich einfach ein ungutes Gefühl bei allem. Wir können nicht einfach den Ozean überqueren und zu Hongs Burg gelangen. Ich weiß, es liegt, dass viel zwischen uns vorgefallen ist. Und das liegt jetzt alles in der Vergangenheit. Schwamm drüber und drauf gespuckt. Willst du wohl für uns taugend wieder zur Vernunft bringen? Das hätte ich auch so gemacht. Okay, mach ich. Ach nee, ich kann ja mal mit dem reden hier. Was will denn der? Bei der Burg des Bösewichts gibt es ziemlich starke Luft-Torbulenzen hier. Turbulenzen, das war richtig. Da waren auch welche? Der Wind wird von einem Monster auf einer Insel im Norden der Borg erzeugt. Kraut. Je nach Tageszeit sind manche der seichten Stellen im Meer Löcher, die irgendwo hinführen. Okay. Hier zum Beispiel. Geh durch. Geh durch. Da hast du ein Zelt. Da gibt's Schuhe, die schlechter sind als die, die ich jetzt hab. Ich kauf sie trotzdem. Nanu! Nanu! Was hast du hier zu suchen? Zur Insel geht's hier nicht. Okay. Dann nicht. Ach, da waren auch Turbulenzen. Dann wär ich gar nicht hingekommen. Schwertfisch. Warum auch nicht, ne? Sonst doch irgendwo eine seichte Stelle müssen wir eigentlich. Weg, weg, weg. Da! Ne, die hatte ich schon. Die hatte ich noch nicht. Was ist mir durch? Ah, hier. Uh! Was ist mir durch? Mimi Mock! Mimi Mock! Und Silberschaller! Äh, wo ist hier Dorf da auf? Puh! Aber ich hab jetzt einen neuen Helm. Ausrüstung müsste eigentlich komplett sein. Weg den Schuhen. Hier ist noch was, glaub ich. Kann ich ja noch ein bisschen leveln. Ah ja, genau, da kommt auch schon. Kommt, lass mich durch. Ich will keiner. Es ist ja so anstrengend, 30 Sekunden lang so einen Wind zu machen. Hm? Du! Du bist doch derjenige, von dem Noah gesprochen hat. Ich hatte sowieso gerade den Noah so voll von dem Wind. Und ich fresse dich jetzt am Stück auf und suche mir dann eine neue Arbeit. Das wirst du nicht. Ach, jetzt. Hab ich endlich Ruhe. Das stimmt. Ewige Ruhe. Und jetzt die ganze Lufttobel in den Weg. Aber ich drehe die Zeit lieber nochmal zurück. Einfach. Also das eine Achievement ist den Silberschaller, also die Kopfdeckung zu kriegen. Die andere... Brauche ich jetzt hier beim Bösewicht? Ach, und ich wunderte mich schon, wer da kommt. Ich strotze nur so vor Kraft. Und dank der Magie, die ich von diesem Noah habe, erlange ich bald noch viel, viel mehr Macht. Was? Ich werde hier reingelegt? Halt doch den Rand. Du hast mich schon so oft vorgeführt, aber heute zahle ich es dir heim. Ähm, jetzt kommt meine Doppelgänger-Magie. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, und jetzt töten. Ach, ach, du hast mich schon wieder besiegt. Zum wievielten Mal jetzt schon? Also zweites Schiff mit Szenen von den Duplikaten von ihm zu töten. Deswegen habe ich das gemacht. Jetzt müsste ich die Quest eigentlich komplett abgeschlossen haben. Hey, Wayman! Song und Bonk haben mich aufgeklärt. Da hast du mir ja echt aus der Bedulie gerolfen. Werde gedacht, dass ausgerechnet du mir eines Tages aus der Patsche hilfst. Mit mir ist es wohl auch nicht mehr weit her. Auch nicht, wohl auch nicht mehr weit her. Ich verschwinde für eine Weile. Äh, und danke. Leichte Rüstung. Ja, das nehme ich an. Interessant. Ach, auf einmal ist er ganz still. Aber er hat sich am Schluss brav bedankt. Durch und durch böse ist er also nicht. Ganz im Gegensatz zu diesem Noah, dem kann man nicht verzeihen. Er kann ja nur so einem Kind die Zerstörungs-Magie beibringen. Noah wird in seinen Methodenburg immer ruchloser. Die Entscheidungsschlacht rückt näher. Sei bereit, Wayman. Ja, auf jeden Fall. Njong. Silber-Foind und Imitator-Dockeler eigentlich beides. Klar, weil ich habe ja bei's geklärt. Nicht nochmal. Ach, er hat besten Lüsten. Der hatte ich ja schon ganz vergessen in der Zeit. Ach, jetzt hört man wieder die wunderbaren Melodie. So laut war's hoffentlich nicht, aber auf jeden Fall war's so da zu hören. Nervig. Nervig-schmerzig. Also, wer jetzt nicht weiß nur, dass ihr guckt. Und, ähm, wenn ich gerufen werde, machen die, machen meine Eltern das über so ein, ein Waffner, im nächsten Mal. Machen das über, ja, die machen das über einen Waffner, ne, wirklich. Über so eine Klingel und die macht dann halt dünn, 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 oder wie auch immer. Das hast du gut gemacht, so gib auch im nächsten Mal wieder alles. Gewusst wie, hier soll irgendwo ein wundervoller Helm versteckt sein, hab ich. Dieses Räuber-Trio ist wohl gar nicht so böse, wie er meinen würde. Hier geht ein böse Wicht um, der gerade zu fanatisch Waffen sammelt. Sieh dich also vor. Genau deswegen heißt es wahrscheinlich Waffennag. Okay. Dann machen wir jetzt gleich noch die andere Quest. Bis gleich. Okay, dann kommt jetzt noch ein Waffennag mit Schwertzimmer und Schwertbrecher. Ausrüstung, äh, hab ich gar nicht nachgeguckt. Die, nehme ich die lieber wieder. Was soll ich noch? Eisenstiefel. Fliehen muss ich hier nicht, deswegen kann ich den Duell bei den Schutz nehmen, dann können wir nicht fliehen. Und dann können wir starten. Ich, ich sehe einen Abenteurer auf einem Drachen. Das muss dieser Wayman sein, von dem Noah sprach. Er sieht mir nicht gerade besonders stark aus. So oder so, bevor ich die Welt zerstöre, will ich noch einmal so richtig Spaß mit meinen gesammelten Waffen haben. Haha, Wayman, ich erwarte dich bereits. Ich komme. Hör mal, Wayman. Der böse Wichtier liebt Waffen über alles und hat eine riesige Sammlung davon. Sie wird diese Waffen bestimmt im Kampf gegen dich einsetzen. Du findest besser eine schlagkräftige Waffe, die es mit den Ehren aufnehmen kann. Die Frage ist dabei nur, wo er nehmen, wenn nicht stehlen. Wenn mich dieser in meiner Erinnerung nicht trügt, gibt es hier irgendwo mächtige Waffen. Du findest besser erst mal heraus, wo diese sein können. Auf geht's. Wayman. Ich weiß noch, wie ich unten im Dorf eine mächtige Waffe gesehen habe, als ich einmal vorbeiflog. Das ziehe ich mal doch dort rum. Jo. Aber hier gibt es ja auch wieder Schwertsammler und Schwertbrecher. Schwertsammler ist, die Waffen sammeln und dann mit den Waffen den Bösewicht besiegen. Und Schwertbrecher ist, den Bösewicht die ganzen Waffen klauen lassen. Das passiert jetzt nämlich gleich. Bei 15, glaube ich. Moment. Ja. Haha, ich habe eine gute Waffe im Dorf gefunden. Für dich ist sie viel zu schade, also bin ich mal so frei. Okay, jetzt hat sie die Waffen. Und wenn man sie jetzt so tötet, ohne die Waffen zu retten. Also wenn man sie dann nochmal zurückkriegt, kann man sie natürlich nochmal holen. Was ist denn das andere? Und ich mache es so, dass sie die ganzen Waffen hat. Ich nehme natürlich die ganzen. Ah, dann muss ich die mal kaufen. Kann nämlich mit, aber die Waffen halt nicht. Ich kann mich hier nochmal umgucken. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Hier, nö. Was willst du? Du suchst nach einer guten Waffe? Verstehe. Also einfach herausgedrückt, du willst also jetzt meine Waffen haben. Meinetwegen. Ah ne, das mache ich dann gleich. Ich will jetzt erstmal besiegen, ohne die Waffen zu haben. Das heißt, ich level ein bisschen fröhlich vor mich hin. Du, du, du. Alle weg, 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 weg, allah, weg, allah, hop, hop, hop. Das hat eigentlich schon reichen, aber... Also, okay, es kommt nichts. Hier war noch ein Start, ne? So, Zeit zurücksetzen, Essen, nochmal. Also, hier hätte ich jetzt die Waffen, dann wird es bestimmt ein bisschen stärker sein. Deswegen glaube ich mal so, bis die Zeit nochmal abgelaufen ist. Und dann gehe ich zu ihr. Oder ihm. Franziska hieße doch. Das ist ein Etsy. Du, 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 weg, weg, weg. Zur Zeit. Essen, Kräuter und los. Ne, ich glaube, ich muss warten, bis sie die Waffen hat, also bis 15. Um Schwertbrecher zu kriegen, deswegen... Warte ich mal kurz, bis 15. Und dann... Hey, da bist du ja endlich. Aber du hast Pech. Du hast dir keine der Waffen geholt, also hab ich sie mir geschnappt. Also dann, lass uns kämpfen. Kein Problem. Was? Nein. Eine Waffe, sie vergehen. Das war ein Fahrrad zur Warte, ehrlich gesagt. Okay. Gut, dann wüsste ich jetzt Schwertbrecher haben. Oh ja, gut gemacht. Du hast den Bösewicht besiegt. Endlich erschien diesem Landstrich wieder Frieden. Übrigens, das hier kam von der Burg des Bösewichts angeflogen. Ich vermute mal, der Bösewicht hat es irgendwo weggesperrt. Du solltest es haben. Leb wohl. Weißes Pferd. Das sind Schuhe. Aber, okay. Puh, der Bösewicht war auch dieses Mal ziemlich stark. Nein, ich bin nicht. Und wenn wir weiterhin alle starken Bösewichte verklopfen, kriegt Noah bald die große Panik. Wir sind beinahe am Ende des Kontinents angekommen. Jetzt kann er sich nirgendwo mehr verstecken. Setzen wir unsere Reise fort und treiben ihn in die Enge. So, dann mache ich das gleich nochmal und hole mir die beiden Waffen. Hui. Ja, Schwertbrecher, ausgewungener Held, alles gut. Was Besseres verlange ich auch gar nicht. Sind die Daten an die Westenlisten? Ja, wichtig. Nein, wirklich nicht. Ein Bösewicht, der fanatisch Wachung sammelte. Der verwunschener Held. Gut gemacht. Wusby, der Neptun, sperrend die Gigantenachse, wollte der Bösewicht für seine Sammlung. Das ist immer furchtbar beschäftigt. Also ich spüre von zig unhalb, was es auch ist, sehe ich vor. Der Wunsch, der Held, Wahrheit und Lügner. Okay, Ausrüstung natürlich nicht komplett. Schwertsammler fehlt. Das machen wir gleich nochmal. Aber ich kann die Sachen ja jetzt nicht nehmen, deswegen nehme ich nämlich den Duell-Beinschutz. Oh. Der ist geil. Der Heiligen-Schild. Jetzt nehme ich wieder ein König-Schild. Und... Spiel auch aus und Start. Ja, kennen wir alles. Und jetzt reden wir auch mit allen Leuten. Was hier zu sagen haben. Du suchst schlagkräftige Waffen hier im Dorf, bitte wirst du fündig. Suchst du nach einer guten Waffe? Ja. So ein Pech. Als wir in der Bösewicht trachten, nach den neuen Waffen haben wir sie an ein paar Reisende verkauft. Sie sind in den Norden gegangen, aber vielleicht holst du sie ja noch ein. Wenn du die Waffen haben willst, warum suchst du nicht nach den beiden? Die Türken, die die Waffen gekauft haben, seien mir eher schwach aus. Leichte Beute für den Bösewicht. Den will ich wieder haben. Den Schild. Den lasse ich mir nicht nehmen. Den lasse ich mir nicht nehmen. Ah. Das ist jetzt aufpassen. Weg, weg. Ja. Waffen geraubt. Interessiert mich nicht. Weg. Zeit, das Essen, Königschild. Nicht Königschild. Wie ist der Heiligen Schild, ne? Ja, also. Waffen sind ja schön und gut, aber vergisst die Kräuter nicht. Es ist schon eine Weile her, aber hier waren ein paar Leute mit schlagkräftigen Waffen. Der mit der großen Axt ist nach Westen gegangen. Der mit dem langen Speer ist nach Osten gegangen. Öh, langer Speer. Ähm. Herein spaziert so eine Mahlzeit und freien kann das Geschmackserlebnis intensivieren. Wie auch immer. Bei dem waren wir ja schon mal. Hier. Du musst es nach einer guten Waffe verstehen, du willst meiner Meinung nicht wegen, aber in den Bedingungen stelle ich schon. Zeig mir, wie stark du bist. Bei der Sandbank im neuen Tor wird ein Riesenfisch und macht den Dorfbewohnern das Leben schwer. Erledige diesen Riesenfisch und ich gebe dir die Waffe. Läuft ein wenig um die Sandbank herum, dann stößt du schon auf in viel Glück. Der ist wahrscheinlich gemeint. Der war ja kein Problem. Hier. Unglaublich, du warst das. Schön, du verdienst diese Waffe offensichtlich viel mehr als ich. Ich habe die Waffe ja eigentlich gekauft, um den Böseweg zu versiegen, aber ich traue mich nicht. Aber du siehst so aus, als könntest du es schaffen. Neptun Speer erhalten. Sieht total aus. Weg. Und hier soll die andere Waffe sein, hier bei ihm wahrscheinlich. Was, ob ich eine mächtige Waffe habe? Aha, du willst also die Waffe, die ich jetzt kürzlich erworben habe? Ist es denn jammer, aber so eh... Ah, stimmt. Zeit. Jetzt müsste er haben. Meinetwegen, wenn du willst, gebe ich sie dir. Aber diese Waffe hat mich ganz schön was gekostet. Umsonsten werde ich sie ihr also nicht geben. Zwei mehr, was ich dafür bezahlt habe. Ich verlange 5000 Gold, falschen ist nicht. Wenn du das Geld hast, verkaufe ich dir die Waffe. Okay. Giganten-Axt. Genauso gut wie der Neptun Speer habe ich aber mal fast gedacht. Als wäre der Dumme, der eine besser wäre irgendwie. Dann muss noch eine Höhle, da kriegt man das Geld, glaube ich. 1000 Gold, 1500 Gold, 2000 Gold. Und schon habe ich genug Geld. Was, du hast die Summe wirklich zusammenbekommen? Na schön, ich verkauf sie dir, viel versprochen. Um ehrlich zu sein, war mir die Waffe sowieso zu schwer. Hier, jetzt gehört sie dir, Giganten-Axt halten. Dann kann ich ja zum Bissewicht, oder? Mal Zeit ablaufen lassen. Sicher zu gehen. Aber die müsste jetzt noch schwächer sein eigentlich. Als sie sowieso schon war. Und wupf. Ah. Hey, da bist du ja endlich. Ich bin beeindruckt, du hast die beiden Waffen in deinem Besitz. Dadurch hast du meine Kampfkraft empfindlich geschwächt. Wie auch immer. Auch ohne diese Waffen werde ich mit dir fertig. Nicht wirklich. Was, nein. Meine Waffen sind vergegen. Dann müsste ich jetzt eigentlich alles haben. Waffen, gut macht. Müsste genau das gleiche gewesen sein. Schwertsammler. Mal gucken. Langweilig. Was, nein, ich bin nicht... Wie kommst du denn da auf? Ist nun langweilig mit den schönen und besten Listen. Gut gemacht. Ja, hey. Jetzt habe ich alles. Und wie gut sind die? Oh, 25. Und jetzt sogar noch mal plus 30 Dings, was wir nämlich nehmen. Und der hat gesagt, ihr beschwert, die hat null Gewicht. Warum auch immer. Ich habe mich beim nächsten Mal in der Frinsperre. Den Duellball. Nee, den kann ich dann nicht nehmen. Den Duellballschutz zum nächsten Mal. Aber das kommt jetzt dann. Also das war's für den Part. Danke fürs Zusehen. Jetzt wird... Affen mit Theo. Also der hält 30 Minuten, muss es auch mal wieder regelmäßiger kommen, bis es endlich zu Ende ist. Dauert ja nicht mehr lange. Also danke fürs Zusehen. Bis dann. Und tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020